hallo liebe freunde ich bin jack und willkommen zurück zu link between worlds ja wir waren ja auf dem weg gewesen zu dem haus zu finden aus da können wir jetzt auch noch mal wieder hin klein abstecher noch mal was war das so und zwar in diese richtung hier und wir brauchen eine bombe rein da so mama 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 nennt man mich und einfach ist mein leben nicht denn nicht umsonst heiße ich mama ich hüte eine 100 schar okay welch unglück mir hier wieder vor mein fleisch und blut die ganze tour verschwunden ist ganz ohne spur 1000 tränen muss ich weinen um meine 100 füßen klein um kleiner mann mit großem herz beendet mama einmal schmerz tausend dank großer held linders das was mich bequält und eines werde ich nun gewahr knabenhaft erscheinst du zwar doch was kommt wird wunderbar hier nehmen diese karte an mit ihr kommst du ganz schnell voran die karte zeigt dir wo sie sind ganz ungefähr ein jedes kind die mai mai karte soll dich leiten um dir zum glück den weg bereiten um die um die mai mai schade anzusehen drückst du ihr touch screen im leben so konnte man touch screen emblem in einen ja in einem reim tun so klicken wir drauf und jetzt sehen wir in welchen gebieten wie viele mai mai sind zahlen wirst du darauf sehen die allmählich runter gehen wenn du mein meist kannst erspähen verstehst du nun o kleiner mann wie dir die karte helfen kann dann zöger nicht du großer finder such mir die geschwundenen kinder verschwunden spitz die ohren lauscht den weinen von den vielen armen kleinen alles klar dankeschön für die karte dann können wir die karte nämlich auch immer auflassen wir wissen ja wo wir uns befinden und dann sehen wir wenn wir dann hier in dem abschnitt sind so okay hier und da ist schon einer jetzt war okay ich habe eine idee haha wie die mit quietschen du hast ein verirrtes mai mai gefunden bring es zu mai mai ähm können wir hinbringen machen wir nochmal ne hier guck mal was Mutti sagt mei 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 du bringst ja meinen nachwuchs äh du bringst ja meinen nachwuchs mir ach wie fein wie dank ich's dir schnell verwirren sich meine racker doch sie zeigen sich sehr wacker hinterstock und unter stein tief im nass und ganz allein sind gut versteckt sie harren deiner hilf mir hell du großer feiner jawoll bis dann so haben wir schon unser erstes mai mai gefunden 100 stück an der zahl so hieß es und die werden wir natürlich auch finden so hier in diesem gebiet unten rechts das lila gebiet wo wir jetzt auf der karte sind sind noch vier weitere mai 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 versteckt können sie überall verstecken könnten hier hinten am haus kleben oder hier auch immer das wollte ich auf jeden Fall so früh wie möglich aufdecken um ja um die mai mai zu bekommen so schauen wir einfach mal so durch und vielleicht ist hier oben ja schon eins nope ok dann können wir hier mal reinspringen in der schwimmen hier weg du Vogel warte mal so den da und wapp nö hat nicht viel gebracht so schwimmen wir mal die Gegend hier ab weil die verstecken sich sogar unter Wasser oh du dieser Vogel komm her und flupp keine Ahnung hier sind bestimmt noch mehr von dem Foss und wenn wir die ähm runterkloppen weiß ich nicht vielleicht ich höre doch was da hat was gequietscht ok da muss man irgendwie hin ah ich war doch hier entlang flupp und hier hin flupp mach auf yeah zwacken ok dann können wir hier wieder rein viel Geld ausgegeben da können wir auch mal wieder was bekommen ne ne hier jetzt nicht ah da ist einer du hast ein verirrtes mal gefunden bring es mal 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 so brauchen wir nicht jedes mal lesen das wissen wir jetzt bereits aber wir haben das verirrte mal gefunden so drei stück gibt's hier noch in dieser area sache jetzt mal ok und hier benötigen wir den warte mal ich höre doch noch eins können wir uns können wir nicht hä äh warte mal so und dann nehmen wir den mal so tak aha juhu die Windmühle ist offen das ist schon mal sehr gut hier kann man das auch nochmal oh falscher Knopf aha meck 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 dankeschön und schon wieder mai mai so einmal hier ran sehr schön ein neuer wetter möchtest du das spiel speichern nein möchten wir jetzt nicht wir wollen hier reingehen und uns den nächsten dungeon annehmen haus des windes ok ok oh cool gut so funktioniert's blub ah warte mal wir gucken immer schön nach ob es hier irgendwo wieder so einen spalt an der wand gibt oder irgendwas anderes oh Gott und Fledermäuse Fledergage wo sie anders rupee an der wand elektro keine ahnung was dinger so oh Gott kommt es dort hier brauchen wir wieder feuer dorthin den packen wir mal dorthin so zack 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 so 20 jawoll kommen wir hier lang oh guck mal alle auf unterschiedlichen höhen aha klub 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 da ist die Rade und hier hier geht's noch weiter ok gehen wir mal eben durch oh oh Gott oh Gott oh Gott es macht der Schalter ah der macht es aus das ist gut dann kommen wir an die Kiste ran montserherz tötü 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 weider lang tötü ah das ist die Tür jetzt kommen wir darüber gut entlang die nochmals ja jetzt okay immer schön alles untersuchen da brauchen schlüssel führen das bedeutet wir gehen jetzt wir gehen jetzt hier lang das ist der eis starben gibt es nicht irgendwie einfach herzen einsammeln so der ist hin okay das muss doch irgendwas hier mit zu tun haben oder nicht scheinbar doch der ist hin das hat man so schnell nicht gesehen so sei die hinüber und feuer toten köpfe und ein schlüssel kleiner schlüssel und noch mehr sehr schön so schön wie sich die musik verändert wenn man in die band geht sehr cool gemacht alles so hier durch können wir uns daran helfen hör auf damit aufhören money 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 jetzt auf der karte schätze verschlossene türen sich waren sehr schön hier mal lang gott das hat geklappt wo müssen wir jetzt hin ich ganz gerne irgendwie ja genau war zwar so nicht geplant aber ist okay können wir mit arbeit auch damit weg mit dir was das so jetzt kommen wir hier drauf bringt das was weg mit dir und hier drauf weg mit dir schalter ok jetzt haben wir einen windschalter betätigt gut ist der einfach da guckst um die ecke ahnst nichts böses zack ähm ja und du sollen wir uns riskieren jetzt ja auf damit so weg mit dir aber jetzt gibt es auch noch kleine von mann und du was lehren jetzt können wir hier das ist jetzt können wir hier oben es stimmt da war ja noch ein schalter ah genau ja ja ne ich meine tschüss noch weg 1 fredermaus fredermaus jetzt wieder runterspringen glaube ich gucken wir uns aber oh hier oben oh fies das war gemein nein oh doch hui ich hätte gedacht das wäre weg ok schlüssel ich meine da mal krieg gesehen zu haben so haha du hast einen kleinen schlüssel erhalten zack so so geht das nämlich auch so und ähm da unten ist so Tür geht oh ihr denn so gehen wir erstmal hier lang ah ich glaube da sollen wir nicht lang hm und doch erstmal nach unten hier wir dranziehen ps z baru ich kill mir schon hier kommt ja ja normal kiste ohne en feuer jó so schlüssel damit kannst du die große türen okay wir können das feuer damit löschen wenn auch nur kurzweilig aber es funktioniert so kommen uns das ganze hier noch mal an feuer löschen werden es auch anders geschafft so warte mal hier mit schlüssel an okay auch hier so auf und davon geht doch nicht mit ihren schalter das war der fallen schalter aber hier zwei durch erzielt und hier und jetzt soll jetzt aber ja geht doch schön so jetzt müssen wir so hier dran ziehen was soll denn das wir haben keine schlüssel was machen wir denn jetzt warum brennt das hier im kreis oh warte mal oh nee da geht es nicht weiter oh 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 schnell zurück so hier könnte man auch runterfallen lass uns das ganze mal untersuchen da sind wir drauf dann fahren wir hier mal wieder zurück da geht es auch nicht weiter okay so haha hat geklappt okay dann haben wir da schon mal alles mitgemacht können wir hier in der seite drunter ne hm schade ich wäre gerne hier hingewiesen gegen dem ah warte mal nee äh zurück ich sehe schon uah oh lauf so ich habe es schon gesehen doch nochmal durch dann nehmen wir hier rum so nee das funktioniert nicht hä von hier aus hätten wir einen Schlüssel normalerweise gekriegt dann wäre man hier hingegangen und dann aber ich will einfach nur in die Richtung da habe ich hin kommen wir da gar nicht rüber schade das habe ich mir gerade so schön ausgedacht okay dann müssen wir mal schauen wie wir in die Räume der anderen Seite da kommen oder zumindest in einen der Räume da können wir auch nicht an der Wand entlang ja wieder ein Monsterherz so da ist er ja fliegen da geht es hier runter komm her springen wir hier runter wieder im Erdgeschoss okay oh warte mal hier da geht es noch weiter aha oh ja du genau darfst du da auch noch rüber das eben alles mitnehmen gehen wir da geht es noch gehen wir mal hier rum genau oh Gott das bringt uns nicht viel und hier oh Gott ganze Rappenbande mit euch einmal hier drum wer weiß aha da gab es wirklich was so das ist das Schöne bei Nintendo wir verstecken einfach irgendwie überall was da gehen wir mal hier lang ja super oh ne Akkogene jawohl darüber so ähm jetzt können wir das hier wieder benutzen guck dann sind wir hier okay ähm hm also Schlüssel da ist ein Schlüssel da war vorhin kein Schlüssel ey das will ich mal eben anmerken da war vorhin kein Schlüssel so einmal hier rüber alles einsammeln äh dann war das hier entlang klub 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 genau hier wieder da hoch so vorhin war da kein Schlüssel gut dann hier wieder durch so da lang so es sind hier Gegner weiß doch nicht ob der dann oh Gott der irgendwie nur kommt wenn wir Gegner platt gemacht haben so da kommen wir so auch nicht weiter oh Gott hm okay einmal wieder hier hoch äh klar wenn wir den Schlüssel benutzt und können hier durch so wo zum Geier hm hier soll ein Schlüssel sein was sollen wir damit Eis arbeiten so Mist hä hä hm hm wie bitteschön sollen wir denn da an einen Schlüssel kommen das muss mir mal jemand erklären ich meine hier geht es nicht weiter da ist ein Schalt ah da ist ein Schalt aaaaaaah ja ja ok Denkfehler komm her so ganzen Weg zurück gelatscht und das für nichts und wieder nichts komm her einmal hier lang können wir dann wieder auch einen Schalter betätigen so jetzt und Schlüssel da dumm hast du mir leid das war dumm so du mieses Feuer so gib her gleicher Schlüssel damit lassen sich viele Türen öffnen so und hoch hier Dankeschön aufmachen so und was jetzt ok war ja klar dass sie wieder irgendwas mit brennen ist ha plupp oh ok wir sind relativ am Ende oh 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 da müssen wir aufpassen wer ist hin wer ist auch hin Herzchen bitte ok wir haben schon mal einen Mittelpunkt Mitte des Dungeons geschafft oder was soll ich hier runter oh hier warte mal blupp so au da kann man auch noch sein zack zack upis warum sollte man hier oh ne da will man nicht rum kurz aufladen lassen so gehen wir wieder rüber und dann können wir hier durch oh Gott äh machen wir mal den ok äh den vermutlich immer der letzte Schein ok ok ja ok dankeschön so wieder Herzchen oh oh Gott hier noch einmal her komm da runter ha aber trefft mich nicht so ha jetzt sind die auch aus das ist sehr gut das wollten wir auch so da ist doch noch irgendwie kommen wir denn da ran wie kommen wir da ran aha so und was da ja zwang sehr schön jetzt können wir einfach hier runter springen ja hoch dort entlang und hier wollten wir glaube ich auch mal ah so kann man den Schalter auch betätigen ok ähm oh Gott schnell geschaltet äh gut ja noch so klappt so dann fahren wir mal da rüber oh weg mit dir Fledermaus oh warum trifft die denn und hier einfach runterspringen oder jetzt quasi hoch so hier waren wir auch noch nebenswo da kommen wir nicht ran da können wir auch gerade nicht durch das ist hochkommen und hier können wir wieder runter nee warte mal aha puste doch wenn der Wind hustet und pustet aber wisst ihr was wir setzen das Spiel hier beim nächsten Mal von ich danke dir zu sehen bis zum nächsten Mal bei Selle ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal